Hallo liebe Morfuzi und ein herzliches Willkommen zu Unwavel mit mir Don Goku und dem guten Playtipus von der Monothrame Society. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge, die wir jetzt auch jeden Moment beginnen werden. Ah? Und zwar jetzt. Ah. Hi. Ich wollte jetzt so ein bisschen salty machen, während du da noch am reden bist. Ah, da warst du leider zu schnell. Also ich musste mir immer was bei der Unmod aus dem Hintern ziehen, weil du so lange immer brauchst. Hey, ich war doch vor dir da. Ja, weil ich noch so lange einfach um den heißen Brei rumgeredet habe. So, ja dann hör auf. Achso, stopp, 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 stopp. Bevor wir die jetzt machen, die gehören zu dem Kapitel 5. Wir haben die noch nicht von Kapitel 2. Lass die doch zuerst machen. Sag dir und lief rein. Hä, ich bin reingelaufen? Ja, du bist da reingelaufen. Ja komm, wir beenden das. Nein, ist doch egal, das wollen wir jetzt erstmal machen. Wir können die anderen ja nachmachen. Richtig traurig. Äh, die fahren nach links, ne? Ja, das zählt als Versuch. Ja, achso. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen das. Zusammen? Äh, ja. Also, so quasi jetzt jeder läuft. Ja, also, ich hätte gedacht, wir machen das wieder wie immer. Achso, ja, dann komm her. Komm doch her. Ey, komm doch her. Okay, es geht wahrscheinlich. Doch, geht. Ach, komm schon. Hast du auf die Schwierigkeit, hast du auf die Schwierigkeit geguckt? Nee. Ich auch nicht. Ah, der war kacke. Okay. Wow, close. Close, close, close. Na ja, und jetzt? Ach, ich muss mich jetzt daran festhalten. Und dann da rüber schwingen. Wo denn? So, und jetzt? Hm, gute Frage. Nee, ich hab das Gefühl, einer von uns, jetzt müssen wir uns teilen, weil einer von uns muss da rein in das Dings. Warte, ich versuch, ja? Ja. Der muss eigentlich nur da bleiben. Nee, okay. Ich dachte, lol, wie schnell der auf einmal da hochkraxelt. Ja, voll. Wo ist denn überhaupt unser Kollege? Den seh ich auch nicht, aber ich glaub auch, dass er zu dem grünen Ding müssen. Sieht danach aus. Ja, okay. Achso, soll ich nochmal? Ich hätte jetzt gesagt. Mach einfach. Gut. Okay, dann hast du jetzt erledigt. Da war ich zu, äh, zu forscht, zu schnell. Oh, der war knapp. Boah, der war richtig klar. Verdammt knapp. Voll. Also, ich hätte jetzt halt gesagt, bis dahin ist das Level jetzt eigentlich nicht sonderlich schwer. Nee, aber wo ist der Kumpel, ne? Das seh ich auch nicht. Oh, das war knapp. Warum, hä? Ja, warst du nicht nachgekommen? Ja, das weiß ich jetzt auch. Machen wir zwei oder drei Versuche? Ähm. Wie hab ich gemacht? Zwei? Du hast zwei gemacht, ja. Also machen wir ab jetzt drei. Und dann vier. Jeder kriegt immer einen mehr. Okay, aber ich krieg immer zweimal mehr als du. Nein. Zauberspiegel. Ach, warum? Haha. Oh ja. Ich weiß, warum das passiert ist. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich eine Zwischenlandung mache oder direkt durchspringe. Schon wieder konnte ich mich nicht entscheiden. Oh. Ja, aber das war okay. Ja, das wusste ich nicht. Genau auch. Ups. Das war close. Ey, ich hab noch einen Versuch. Mh, mh. Du hast zwei gemacht. Achso, ne, ich dachte, ich meinte das ernst mit, aber ich hab das Gefühl, unsere ersten Versuche sind immer die besten. Ja, und ich glaub, ich hab das Gefühl, die besten sind unsere letzten Versuche, weil wir es da schaffen. Hohoho. So smart. You are a genius. Aber nicht in dem Spiel gerade. Warte mal ab. Uh. Dass ich hier jetzt easy mache. Uh. Das war aber nicht so geplant. Ja, das war wirklich so geplant. Ach, komm, ich muss das vernünftig timen. So, jetzt nach rechts und dann. Oui. Ja, sehr schön. Okay. Kamera raus, bitte. Pass auf, dass du nicht zu werden nach links gehst. Ja, ich geh noch weiter runter. Oh Gott. Oh, nice. Alles okay. Ist doch gut. Na. Ja, ja. Okay. Achso, ja. Jetzt kannst du hier rüberschwingen, ja. Aber bleib mal dran. Warte. Bleib mal dran, bitte. Nicht springen. Okay. Okay. Ja, und jetzt? Äh, ach so. Äh. Ja, du kannst dich einfach hochziehen und dann geht der jetzt, der geht von alleine. Ja. Äh, springst du beim rein? Ja, bin ich, bin ich. So, wie komme ich denn jetzt da hin? Muss ich mich wieder schwingen? Nee, 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 nee. Bei dem linken, geh auf den rechten und dann kannst du so einen Überschwung machen. Ja, 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 okay. Das war ja auch mein Gedankengang. Deswegen frage ich, ob ich jetzt wieder schwingen muss. Okay. Überschwinglich. Äh, hat nicht gereicht. Äh, das. So. Äh, mach doch einfach ein längeres Seil, dann lass los. Ja, aber das hat gerade eben nicht so richtig funktioniert. Äh, okay. Ich sehe, ich sehe. Ja, sehr nice. Als ob. Oh, what? Und es gibt garantiert keine Zwischenspreise. Genau, dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Vorsicht. Äh, oh. Das ist einer von den ganz Bösen. Alter. Ritt. Warum bin das, warum war das denn beim ersten Mal? Habe ich das da quasi einfach durchgeschafft. Tja. Ich kann jetzt nur so lange eine Runde Tetris spielen. Das drei Versuche dauern echt lange. Die, 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 die. Oder dumme Kommentare abgeben, das geht natürlich auch. Ja, das kannst du machen. Eine meiner leichtesten Übungen. Ah, Leck. Ah, geht wieder. Kannst du aber wieder nach links. Ups, 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 ups. Da hat mich der Leck aus der Fassung gebracht. Äh, 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 äh. Alter, wieso konnte ich mich grad nicht abstoßen? Jetzt. Alter. Aber weißt du was? Ich find gut, dass ich das alles in Ruhe mache. Und ich lass mich nicht stressen. Ich lass mich nicht von hier beeinflussen. Ich merke auf den super ungestressten Untertonnen, was. Oh, what? So, und... Ach, nee, da ist das Vieh. Jetzt nicht. Jetzt auch nicht. Nee, du musst, ja genau, jetzt. Du musst quasi, wenn du runtergehst, nach rechts, genau, und jetzt. Ganz spannend. Ja, das war zu spät losgossen. Ja, hab ich auch gemerkt. Richtig einfach drüber, jawoll. Jetzt. Okay. Ach, nee, das war mit RB, ne? Äh, mit LB, ja. Ich kann ganz ehrlich sagen. Das chillt er. Ja, ich muss da wieder reinkommen. Bisschen länger machen. So. Jetzt müsste es klappen. Hä? Ah, zu lang jetzt. Es ist zu lang. Jetzt. Jetzt müsste es klappen. Ah, zu kurz. Aber jetzt. Come on. Das mit der Länge hab ich nicht so ganz raus. Das ist Stryker. Ich glaub, die Länge war gerade in Ordnung. Du bist einfach nur gegen, äh, was sich da, äh, tängeln lassen. Na, einfach. So, jetzt müsste es klappen, ne? Du musst, glaub ich, gar nicht so weit nach. Ach, komm schon. Du musst gar nicht so weit ausfahren. Ach so, warte mal, ne Frage. Lässt du immer los? Oder hast du dich? Ja, ja, klar. Ach, okay. Ich halt die ganze Zeit gedrückt. Nee. Nee, 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 nee. So wird das nichts. Jetzt, okay. Das war ja wohl mal. Grußzügig vom Spiel, ne? Ja. G3000, ey. Der hat Wallhack an, der Junge. Ja. Äh, wie? Ah, okay. Denk dran, es ist immer noch mein erster Versuch. Ja, wenn du mich nicht bräuchtest da oben, dann wünschst du mir, dass wir auch in den Kaffee kochen gehen. Aber jetzt ist der eh gleich vorbei, der für der Run. Weil ich das jetzt schaffe, meinst du, ja? Ja, 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 nice, 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 nice. Und, jawohl. Und jetzt schnell runter. Oh! Oh! Damit hab ich ja überhaupt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Äh. Also darf man nicht zu still runter, sondern muss das hier mit diesen... Oh, nee. Ja, der, bis dahin kommt er nicht. Gegen die Wand links, ja, genau. Oh, mein Gott. Du musst gegen die Wand links. Nee, nee, das klappt nicht. Und dann... Ja, und dann da oben... Dann ist... Okay. Dann bist du dran. Direkt den ersten Sprung fast verkacken. Ja, ich denk, das werd ich auch cutten. Naja. Ist eigentlich schon schade, dass wir hier irgendwie dreiviertel Stunde Content rausknallen und nachher nur irgendwie so drei, vier Minuten davon Ja, gut. Aber man muss sagen, der Content ist nicht so ultra high quality, wenn wir 3000 Mal sterben. Das ist doch genau das, was die Zuschauer sehen, oder? Ja, das stimmt. Und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Ach, komm schon. Warum komm ich denn da jetzt nicht mehr hoch? So. Also. Ganz ruhig. Und jetzt nach rechts. Der schwingt irgendwie nicht mehr nach rechts. Und jetzt nach rechts. Und dann ist da das Vieh. Super. Alter! Mach doch ein bisschen größeres Seil. Es ist alles eine Frage der Länge. Auf die Technik kommt's hier gar nicht an. Ey, ohne Spaß. Ich bin gerade richtig am Sagen. So. Ey, das war immer nicht genug. Alter! Ich hänge einfach wie so ein Behinderter. So. Meine Güte. Boah. Das war close. Calculated. Klatsch. So. Der Klatsch da voll gegen den Boden. Das ist gut. Ah, da hätte ich los lassen müssen. Ja, ich war mir nicht sicher. Habe ich genug. Ja, ja. Habe ich verstanden. Okay. Lass dir Zeit. Ja, ja. Oh, ich habe noch eine Idee. Oh, ich habe noch eine Idee. Oh, Gott. Warte, warte, bevor... Ah, schade. Ich habe eine Idee. Was ist das? Oh, ich habe noch eine Idee. Diese Sprünge sollten wir nicht alleine machen, damit wir noch eine Sicherheit haben. Oh, ich habe noch eine Idee. Oh, ich habe noch eine Idee. Oh, ich habe noch eine Idee. Oh, mein Gott. What? Damit habe ich nicht gerechnet, dass man da oben drauf ist. Also, das ist sehr großzügig vom Spiel, dass das klappt. Aber bei mir ja auch. Alter, ich bin echt... Also, den Sprung? Ich kann irgendwie den Legastheniker, was das angeht. Ja, du machst Rückschritte, mein Freund. Hui. Das war zu lang, es war ja... Oh. Ich glaube, manchmal will der es irgendwie nicht nehmen. Nee, nee, gerade habe ich dich aus Versehen zurückgezogen. Ah, okay. Weil ich, äh, ich habe aus Versehen den Knopf nicht losgelassen gehabt. So. So, genau. Jetzt komme ich raus. Okay, mach du zuerst. Ja. Ah, siehste? Ah, okay, hat sich aber noch gerettet. Mach nochmal zuerst. Ist deine Runde. Alter. Ich komme gerade... Okay. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Okay, das ist wirklich um einiges entspannter. Ja, war mein Masterplan. Okay, warte, dann lass mich mal, lass mich mal zuerst. Komm, komm gerade auf. Ah, jetzt kannst du, jetzt kannst du. Ja, perfekt. Okay, bleib da, ich komme, bleib da. Ja, ja, ich bin da. Moment, ich brauche... Kann ich das doch einfach mal hochziehen? Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt, kann ich auch, klar. Okay, aber das müssten wir jetzt beide, jetzt. Oder auch nicht. Alter, du hast den angelockt. Ja, das hätten wir beide... Den Sprung müssten wir beide nehmen. Ja, warte, 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 ich ziehe mich zu dir hoch. Ah ja. Oh, war das close. Warte, 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 warte. So. 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 Ja. Nein. Das war mein Fehler. Wir müssen dann am besten, wenn wir unten sind, wir direkt verschmelzen. Ja. Zack. Okay. Also eigentlich ist das jetzt meine Zeit. Ja, ich halte mich auch nur fest. Oh nein. Das ist auch gut. Wäre ich jetzt nicht geschwungen? Eben. So. Aber dich erst mal beschweren. Okay. Kannst du kommen? Ich ziehe mich einfach an die Haute, ja? Ja, ja, ja. Also nicht versuchen zu springen. Nee, nee, nee. Alter. So, pass auf. Und bei der nächsten... Ah, warte. Bei der nächsten Drehung, wo wir gut Schwung haben, müssen wir beide zusammen los. Ja, die Frage ist... Okay, jetzt. Ja. Okay, 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 okay. Nein, 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 wir müssen aber runter, wir müssen runter, wir müssen runter. Okay, und jetzt runter, runter, runter und ich verschmelze mit dir. Ja, ja, ja. Was? Das habe ich gesagt? Neu. Ich bin einfach hochgelaufen. Hä, wie hast du es hoch geschafft? Keine Ahnung, ich bin da drauf gespr... Alter. Ey, warte, 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 bleib mal, spring nicht ab, nicht abspringen. Kann ich mich nicht jetzt einfach darüber schwingen? Warte, ein bisschen das längere... Ich brauche ein längeres Seil. Ich glaube, das ist... ...unnötig viel schwieriger als... Ja, okay, okay, okay. Ach, man kann auch während man beide an so einem Ding hängen, kann man... Ja, habe ich auch nicht gewusst, habe ich jetzt ausprobiert. Das heißt, wir können auch beim zweiten Rad, bevor wir den... Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt, guter Punkt. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, draußen längst... Ah, okay. So, dann noch du wieder zuerst. Und du wieder zuerst. Okay, und verschmelzen. Ja, okay, alles. Warum war das denn jetzt... So, mit... Boah, Schnitt, mach ein längeres Seil. Nicht, stopp, 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 wenn du da abspringst. Ähm, den Springen kann man auch wegkacken. Ich würde sagen, wir entschmelzen uns wieder. Ja, okay, oder du machst das einfach souverän. Du musst runter, du musst runter und in die Ecke. Ah, ich muss nicht runter, der ist hier weiß. Ah, okay. Nice. Warum klappt das nicht? Wie hat das geklappt? Das war, glaube ich, einfach ein Glück. Ich bin jetzt dran. Aber der eine Sprung hat nicht geklappt. Und der andere auch nicht. Man muss das vielleicht doch so machen. Gegen die Wand springen. Und dann das so timen, dass man sich da direkt an das Ding kugeln kann. Wahrscheinlich, aber es ist schwierig, weil die ganzen Viecher kommen. Ja, ja. So lange das timen und da an der Wand kleben, bis die Viecher gerade vorbei sind, nach links. Dann hast du genug Zeit, um... So, und nach rechts und nach links. Raus? Nice, dass der gesessen hat Ja, ich hab ein Leck Lol Ich wäre ja gerade fast gesprungen, weil ich gesehen hatte, dass du dich fester hättest Okay So, jetzt mach ich zuerst Ja Ah, du brauchst so lange Nice, Mann Oh, ich hab ja gar kein Seil Deshalb konnte ich nicht schwingen Das ergibt natürlich Sinn Aua Trompf Aua Nein, 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 nein Oh, danke Danke Also die Physik in dem Game sind echt geil Ja Du musst eigentlich auch die ganze Zeit nur gedrückt halten Und irgendwann schwingt er dich automatisch Ja Jo, warte, ich will eigentlich nur Alter, ich will eigentlich nur bei dir vorbei schauen Oh, der Dude kommt schon Geduld, Geduld Ja, okay Ja, das war falsch, das war falsch Jetzt Jawohl Aber wohin? Ah, da oben, okay Ähm, magst du vielleicht rauskommen? Oh, fuck Ich bin aber falsch raus, aber das kann Okay Ist ja okay Ja Warte, warte Ich zieh mich an der Hoch Oh, kann sein, dass wir sogar so müssen jetzt Oh, 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 warte Warum hat das nicht geklappt? Guck mal Ich glaub, dass wir das sogar so müssen Du musst jetzt da oben hin, bestimmt Oder? Ne, warte, bleib mal unten Bleib mal unten Bleib mal unten Ich versuch den Sprung Ah, okay Äh, ach, da oben ist das schon der Dude Komm erst mal nach oben, bitte wieder Äh, einfach quasi Oh, lol Ne, wir müssen das machen Wir müssen das mal machen Um die Nein, nein, nein Einer von uns, der oben ist Muss sich jetzt nach oben abspringen Dreh dich und spring nach oben ab Da ist ja unser Freund Ja, aber das Ding dreht sich ja mit Welches Ding? Achso, ja, klar Warte Warte, lass mich mal versuchen Von hier Oh The struggle is real Aber ich hab das Pass auf, ich hab ne Idee Ja, genau Perfekt, okay Ich hab das Gefühl, ich wollte grad sagen Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl Wir können nicht mehr sterben Das war schon mal sehr viel wert Ja Lol Also du warst wieder am runterfliegen Alter Falter Hat ja gut geklappt Weiter versucht Ja, warte, ich beende jetzt aber hier die Aufnahme Ja, ich auch Und mache ne neue Ja, ja, genau Dann cutten wir einfach Dass man weiß, wo das ist, ja Genau Aber ich beende erst nach der Zwischensequenz Ja, ich hab gerade schon auf Beenden gedrückt Okay So, jetzt Beende ich So Den mit Schwierigkeit 2 Haben wir jetzt geschafft Aber letztes Mal war auch der 3er der einfachste Ja, tatsächlich Auf der Kippe, das klingt einfach Oh, nee, das wird wieder so ein Los Ah, das ist was, was man zusammen machen muss Nee, ich glaub, es geht einfach auf Zeit Oh, oh Okay Okay, nochmal Gehen wir jetzt nach oben da Gehen wir dir nach oben Nein, 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 du musst gegen die Wand springen Oh, wow Ah Gleich Wenn ich vom Schalter runtergehe, zählst du 1, 2 Und springst dann rechts gegen die Wand, ja Okay 1, 2 1, 2 Nee, ja, 3 Hätten noch länger, hätten noch länger zählen Ja Okay Ah, fast, ja Bis 3, glaub ich 3, 13, dann geht's Ja Ready? Ja Den nach oben musst du wieder machen Den nach oben musst du wieder nehmen Ach so Okay Ah, da geht eine Uhr So lange haben wir Zeit Okay Und los Ach, scheiße Das hat mich gerade fast getötet Und los Jetzt Ja Zu spät Lass mich mal versuchen Ja Warte, warte, warte Drück nochmal den Schalter Ja, hatte ich auch vor Ja, warte Schalter Oh, lol Stimmt, man kann ja eigentlich da dranbleiben Nochmal Schalter Okay, nice Warte Warte, warte, warte Warte, warte, warte Ich mach erstmal uns wieder mehr Zeit Ja Äh, du musst jetzt den Schalter wieder drücken Und ich muss dann direkt nach links abspringen Ne, nicht direkt Du hast ein bisschen Zeit Weil zuallererst geht ja der Balken Oben links Oh, doch nicht Hä? Hä? Wie sollen wir denn da hinkommen? Was machst du da? Ja, mein Cartola hat sich ja selbstständig gemacht, sorry Ich, ich häng fest Ich häng hier irgendwie fest Guck mal Äh, ich auch Wir hängen da drunter Drück mal den Schalter nochmal Unser Kabel hängt irgendwie da drunter Lol Jetzt 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 Nee, doch nicht Häng immer noch fest Nee, müssen wir neu starten What the fuck Also ist das möglich Versuch dich mal jetzt zu schwingen Ja Ja Das war um einen muss hoch Und der andere muss sich dann rüberschwingen Ah ja Ah Ja Okay, das können wir, das kriegen wir hin Okay Das kriegen wir hin Gut Wir haben zumindest jetzt einen Plan, das wir machen müssen Das ist schon mal gut Ups Sorry Nein Zu Zu spät abgeschwommen Sorry, nochmal Bitte Guck mal, ich warte gar nicht erst ab, bis das da oben Ganz oben ist Nice, man So, jetzt muss ich schwingen Mach nochmal den großen Schalter vielleicht Ja, 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 du hast recht Na Und pass bitte nicht auf den anderen Schalter Kommen aus Versehen Weil dann kickst du mich direkt runter Ja Das ist schwer Sorry Das ist schwer, da nicht direkt drauf zu kommen Äh, du musst eigentlich einfach nur rüberspringen Ja, einfach nur hier Genau So, weil dann gehe ich jetzt hier Und mach dir das jetzt quasi auf Dass du Ach komm, schau Mach dir das jetzt so Dass du da jetzt hin und her springen kannst Ja, perfekt Okay Was auch immer das jetzt macht Ah ja Ja, ich sehe, was das macht Das hat den zweiten Den zweiten Äh Da, guck mal Da oben sind ja Oben liegen Ach so, jetzt bleibt er stehen Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich schon das ganze gleich nochmal machen Warte mal Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht wieder löst, wenn ich den großen drücke Okay, perfekt Ja, dann müssen wir eigentlich schon noch hoch Hast du? Auch der große Guck mal, die Uhr, die steht Also die Zeit Wir haben jetzt keinen Zeitdruck mehr Okay Das ist ja ganz entspannt Oh Aber ich habe jetzt kein Indikator mehr von dem oberen Balken Das ist jetzt ein bisschen schwierig Also abschätzen Ja Ja, nice Und jetzt ziehe ich mich an hier hoch Okay, das war knapp Ich wäre fast gesprungen Ich habe nicht damit gerechnet, dass du hochkommen willst Ja, okay Das war ja easy Ja, das war wirklich easy Also nur raus, wenn nichts geht Oh, das sind coole Hörner Das hat so ein Das Symbol kommt mir bekannt vor Aus von irgendeinem Spiel Ah, von Unravel Oh Fisch, Unravel 2 meine ich natürlich Ach ja, natürlich Oh, fuck, ich mache meine Anmuts die ganze Zeit falsch Was ist das für ein Symbol? Das kommt mir Ist das übrigens von Zelda? Also ich nicht Let's go Ich habe jetzt nicht geguckt, welche Schwierigkeit das ist Ich auch nicht Aber ist ja egal Aber wir machen das eh in einem Versuch durch Ja, natürlich Immer dabei Oh, nee Das schon wieder Alles klar Ja, okay Aber das ist simpel Das ist nicht so schwer Ja, eigentlich schon Wir müssen nur vorausplanen So, zuerst ist Der Welcher ist der linkeste? Der Ne, warte mal Der muss ja als letztes dann Weil wir den zuerst lösen Dann der Dann der Dann der Dann der Okay Achso, warte mal Ne, du musst Warte mal, ich bin jetzt hier mit den Knoten fest Das heißt, du musst laufen Ja, dann musst du mir das Ding hier geben Ja Ich bin der ersten So, und jetzt ist die Frage Oh Warte mal, warte mal, warte mal Da komme ich jetzt nicht mehr drumherum Es ist unser Seil Nee Doch, komm mal, äh, warte mal Geh mal, spring mal runter Ja Äh, und nach ganz unten Okay Und, warte, und der muss hoch So, und jetzt Fahren wir das So Äh, so Nein, das ist der falsche So Jetzt muss ich den gleichen Weg quasi einmal machen wie du Stopp, stopp, stopp Löst mal den Ah, nee Fahr mich mal rüber Ja, doch Du hättest So, und jetzt Jetzt haben wir das Problem Zumindest mit dem Kabel gelöst Und jetzt können wir weitermachen Ah Wir müssen einfach beide Jeden Weg einfach machen Ja, alles klar Jo Ach so, ah, sorry Sorry, sorry Ich muss lösen jetzt, ne Kamera, genau Okay, und jetzt musst du hier rüber, ne Ähm Komm runter Ja So So Und jetzt So Du musst den jetzt hochziehen quasi Ah, nee, warte mal Du kannst dich jetzt einfach, kannst dich jetzt einfach hochziehen Ach, kann ich nicht, weil ich mich jetzt hier verbunden habe Ja Und jetzt kannst dich aber da ganz entspannt hochziehen So Kommst du nach oben? Jetzt Okay So, ich schieb dich jetzt hoch Genau, ich geh rüber Du gehst rüber Ne, stopp, stopp, stopp Du musst den, ja, den auch machen, bitte eben Ja, aber geh doch erstmal auf das Ding Okay Kann ich den nämlich lösen, dann haben wir nämlich nur noch einen So Äh, nee, nee, nee Nee, du musst den anderen wieder hoch machen Ja, ja, ja Okay, perfekt So, ja, und jetzt kannst du eigentlich zu mir hoch Nee, kann ich nicht Nee, kannst du nicht Lös mal Jetzt haben wir das Problem Der, nee, 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 warte mal Du musst nochmal zurückkommen Äh, geh nochmal auf das Ding Du musst jetzt Du musst rüber gehen Geh nochmal nach links Äh, äh, äh So, du gehst, sprichst runter Weil derjenige, der das Band auf der rechten Seite hat Ja, 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 okay So, das heißt Also einmal den hochschieben So, genau Wann, wann, wann Du musst jetzt hier hin kommen Ah, ja, jetzt muss ich da hin kommen So, das hat sich auch gekocht Kannst du nicht direkt schwingen Guck mal, ob du dich direkt jetzt, ja Nicht so richtig Hallo, spring mal ab Nee, geht nicht so richtig Warte Funktioniert nur so semi gut Ja, perfekt Oh, leid, ich wurde ausgenockt von dem Gang So, genau Aber jetzt kannst du rüber fahren Knoten lösen Ja, 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 ja Erstmal warte ich, bis du oben bist Ja, du kannst rüber Perfekt So, der Knoten Aber darum geht's gar nicht Ah, doch, doch, so Wird gelöst Doch, doch So, jetzt muss ich Ach, nee, warte mal Ich muss eben die Reihenfolge mit überlegen Warte mal Erst der, glaub ich Dann der Nee, es wird nichts Doch, 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 ist richtig Ach, doch, jetzt stimmt nach unten, genau Deshalb hab ich zuerst den gemacht, ja Ah, ich komm nicht hoch Ah, warte, ich löse den Und komm jetzt im Gesamten hoch Warte, warte, warte Aber lass mich erstmal hier So, doch Nein, da wegen dem Gas Das Gas Das Nein, du kannst nicht schwingen Weil du Doch, schwing mal Okay, geh mal weiter nach links, bitte Geh mal Oh Ich meinte richtig nach links In Sicherheit Damit du nicht aus Versehen jetzt runterfällst oder so Nein, ich fall nicht aus Versehen runter Schwing einfach Okay Ah, jetzt sind wir aber Ja, ich weiß Deswegen muss ich jetzt wieder zurück Und das gleiche auch nochmal machen Äh Ich muss auch schwingen Was, was machst du? Ah, das war mein Das war's Gas, okay Oh, lol Okay, verstehe Also, ich muss Zuerst Geh du mal nach links Genau So Welche war das zuerst? Ich glaube, der linke war zuerst Äh, der rechte Ja Ja, weil ich den zuletzt lösen muss Genau Dann den Dann So weit komme ich nicht Okay Und warte, wenn ich Na ja komme Muss ich auch gar nicht Muss ich auch gar nicht Warte Ich kann jetzt Wir sind ja jetzt einmal komplett rum, ne? Mhm Ah Fisch Nein, nein, nein Mach nur Nein, 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 nein Nein, 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 nein Mach den wieder zurück Ja, sag nicht nein, nein Sag mir, was ich machen soll Äh, mach den runter Jetzt genau Wir betätigen den rechten Ja Ja Und jetzt kommst du rüber Und dann können wir uns entknoten Ne, ich kann nicht rüberkommen Weil ich, äh Einen Knoten habe Ich bin hier fest Aber du kannst jetzt um den Mehrfach um das Ding rumgehen Okay Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut Ne, ja, ja Wann mal Ne Das Jetzt Das Doch, du musst einmal Du musst einmal unten drunter durch Unter dem Stein Und dann Da drauf Dich drauf stellen Ja Und dann müssten wir es haben Ich kann mich nicht schwingen Du musst einfach loslassen Und einfach abspringen Ohne schwingen Ah, okay Genau So, weil jetzt Genau, jetzt komm ich da gleich durch So, jetzt lass ich dir Dich hoch Ja, perfekt Und dann komm ich einfach hoch Warte, nein, nein, warte Stop, lass mich erstmal bitte in Sicherheit Oh, meine armen Ohren Ja, also das war ein bisschen Tricky, aber echt Viel einfacher als das gerade Als das erste gerade Easy, würde ich sagen Das wäre echt easy Aber so in Rätseldingern Dann sind wir auf jeden Fall besser Besser als in diesen Agility-Teilen Alter Ja, definitiv Aber die sind auch fies Also ich finde, dass man das nicht Zwischenschweichern kann Das finde ich echt Frech Mhm So, das letzte Level jetzt, ne? Äh, ja Nicht rein Oh, ja, ja Ich hab's gesehen Huh, was? Achso, wir haben einen Fall Drei Schräge Sache Okay, am schwersten Ja, wenn alles Oh Ja, da würde ich nicht direkt reinschreiben Ja, ein bisschen testen, ne? Drei, zwei, eins, go Oh Ah, oh Man, wir müssen, äh Fakt, direkt dann da oben Nein Ah, warte, ah, guck mal Ich hab'n, ich hab'n Plan So Ah Guter Plan Ja, aber auch nur so semi-gute Ausführung Willst du mal probieren? Okay Ach, guck mal, da oben ist ein Schalter mit On und Off Wo? Rechts Ach, da oben Okay, warte Äh, zieh mich bitte nicht mit Äh, okay Ausnahmsweise Ey, aber dann Ich hab'n nichts gesagt Du musst, äh, du musst Immer selber variieren Zwischen loslassen und Ach, man muss immer wieder loslassen Okay Ja, genau Du musst immer das Seil quasi nachgehen Ja, das ergibt Sinn Okay, aber, nee, mach du mal Ach, Alter Ich sterb' jedes Mal an dieser gleichen Stelle, ne? Die ist echt so Naja, da auch manchmal Nice, nice, nice Oh, der kommt schon Nein Ach, Mann Der ist auch irgendwie nach rechts abgesprungen, komischerweise Nee, aber der, ja, einfach nur, weil ich noch am, äh, ich war, ich stand nicht auf der Patrone Sondern, äh, daneben Okay Okay Aber ich hab'n Schalter gedrückt Oh Jetzt bist du auch noch rechts abgesprungen Ja, wenn man nicht ganz oben drauf steht, sondern auch an der Ah, deshalb bin, okay Deshalb bin ich auch nochmal ab Ja, verstehe Nice, 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 nice Okay, das Problem ist, dass die Patrone sich dann mitzieht Drei Versuche noch Okay Dann bist du dran Das ist wirklich so, dass es hier wenigstens schnell geht Au, ich werd mitgezogen dann Dann muss, okay Hä, aber wie soll ich das denn dann machen? Keine Ahnung Du musst dann gegensteuern und dich da mitziehen lassen, oder was? Äh Ah, du hast nicht gedacht? Drei Versuche Achso, sorry, ja, ja, ja Vor allem so dies Ja, nice Nice Nein! Oh, krass, irgendwann kommen oben keine mehr Alles klar Ach so, das war das, okay Ah, falsch, ich vergesse das hier sehe Ach man, ich bin so ein Stück Müll. Das ist doch krass. Nein, an der Kante abgeprallt. Alter, ich hab ja schon kein Bock auf das Level. Ja, wir haben es doch eigentlich schon fast geschafft. Naja, geht. Okay, das heißt, den nehme ich jetzt noch mit. Genau, den darfst du, genau, jetzt kommt keiner mehr. Jetzt hätte ich da runtergemaust, jajaja. Ja, hätte es noch ein bisschen warten können. Ja, stimmt, hättest du sogar noch an die Dekke gekannt, ja. Ah, zu früh. Okay. Also dann echt nur noch Zeit, stimmt. Oh Gott, da war ich jetzt so. Okay, das muss ich jetzt. Da kann ich einfach ins Feuer laufen, weil das schaffe ich eh nie den Proben wieder zurück. Nice. Das ist der letzte jetzt. Nice. Und nice. Ja, 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 ja. Ah, was mach ich zuerst? Oh nein, wieso bist du runtergefallen? Ja, weil ich kann dann ja nicht abspringen, das ist das Problem. Hä, du bist doch einfach runterge... Also bei mir sah es aus, als wärst du einfach... Ja, ich wollte abspringen, ich wollte abspringen. Und perfekt. Ach, hier. Hä, bleib doch einfach drauf. Nein, das geht doch aus. Dann verbrenne ich doch, oder? Jetzt wird das ausgehen, oder nicht? Ah, sch... Ah, ja, ja, okay. Ah, ja, okay. Links runter und dann rechts rüber springen, ja. Ja. Das ist trotzdem nicht so einfach. Nee, 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 nee. Auf keinen Fall ist das einfach. Also alles andere als einfach. Oh, close. Jawohl. Jetzt schaffst du das, komm. Ah, schade. Aber das ist abgefuckt schwer. Ja, ist ja auch ein sehr schweres Level. Jetzt. Nice. Ja. Und jetzt noch? Ja, ja, direkt, direkt, direkt. Ja. Einmal noch. Komm. Oh nein, nice. Nice. Oh, ich dachte... Was? Oh mein Gott. Nice, man. Ich dachte gerade schon, ich sterbe jetzt am Ende. Ich auch, ich auch. Geil. Oh mein Gott. Oh, war das ätzend. Was? Also, nur mal für die Zuschauer, wenn wir das cutten. Wir haben bestimmt... Keine Ahnung. Eine halbe Stunde mindestens hier drangesessen. Ja. Ja. Mindestens. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also alleine jetzt an dem letzten Level, ne? Die anderen jetzt nicht mitgezählt. Ja, krass. Aber wir haben jetzt alle vier von denen geschafft. Wir können endlich wieder ein normales Level zurücknehmen. Ne, wir haben immer noch die offene vom... Den einen links, die Mission. Ja, ich weiß, aber ich will das doch erst mal... Ne, komm. Erst die Mission. Wir haben die offen. Ich will die nicht offen halten. Wo waren die? Die waren hier links, ne? Ne, die waren unten. Unten? Ja. Dann musst du rauskommen, weil... Ohne ich komme ich nicht runter. Ja, okay. Aber wollen wir dann, wenn wir... Sobald wir unten sind... Den Cut man? Ja, wir cutten uns ja eh zusammen. Ja, aber... Achso, ich dachte, wir verabschieden uns. Achso. So, machen halt... Tschüss und hallo. Jo, machen wir so pragmatisch wie EOT. Ciao.